Frau Genschel, Sie sind die Polizei-Pressesprecherin hier vor Ort. Wir stehen hier an einem Unfallort auf der Militärringstraße in Köln-Mingersdorf. Was ist hier passiert? Der Mercedes-Cabrio im Hintergrund ist den Militärringen gefahren aus Richtung Vennloer Straße in Richtung Aachener Straße. Kurz vor dem Gregor Mendelring hat er mehrere Fahrzeuge überholt, der 19-jährige Fahrer. Bei dem Einfädeln wieder zurück in die Spur verliert er augenscheinlich die Kontrolle, fährt, schleudert gegen die linke Schutzplanke und überschlägt sich dann. Ist dem Fahrer was passiert? War da noch jemand im Fahrzeug? Ja, der Fahrer ist schwer verletzt ins Krankenhaus. Die 17-jährige Beifahrerin ist leider nach Reanimationsmaßnahmen vor Ort noch verstorben. Was sind denn so die weiteren polizeilichen Maßnahmen, die Sie jetzt ergriffen haben? Sie haben den Militärringen gesperrt und werden Sie jetzt dann noch die Unfallspuren auswerten? Ja, richtig. Das Unfallaufnahmeteam wird kommen. Der Unfall wird aufgenommen, sehr detailliert, da es so ein schwerer Verkehrsunfall ist. Die Sperrung wird auch aufrechterhalten, solange es kann noch etwas dauern. Die Sperrung wird aufgenommen, sehr detailliert, da es so ein schwerer Verkehrsunfall ist.